Moin moin ihr Füchse und damit willkommen zu Part Nummer 5 unseres kleinen Blender 2.9 Einsteigerkurses. Nachdem wir ja bereits die Materialien so ein bisschen besprochen hatten, wollen wir uns heute mal mit den Texturen befassen. Das bedeutet, wir werden eine ganz einfache Textur einem ganz einfachen Objekt zuweisen, damit ihr so ein bisschen die Basics lernt rund um das Thema Texturierung. Vorher natürlich der kleine Hinweis, falls du die restlichen Parts noch nicht gesehen hast, schau die unbedingt vorher an, denn ich werde auf einzelne Sachen nicht mehr so eingehen und da fehlt euch so ein bisschen das Wissen von den vorherigen Parts. Deswegen schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, dort kommt ihr zur kompletten Playlist. In diesem Sinne, los geht's nach dem Intro, viel Spaß. So, angekommen in Blender 2.9 wollen wir uns halt wie gesagt heute mal so ein bisschen die Basics angucken zu der Texturierung. Wir hatten ja schon die Materials besprochen und in den Kommentaren hatte ich so ein bisschen gelesen, hey, zeig doch auch mal wie man Texturen zuweist. Das allererste, was ich machen werde, ist natürlich euch die Screencast-Keys anmachen, dass ihr hier unten links sehen könnt, was ich hier so drücke bzw. betätige. Um eine Textur zuzuweisen, müssen wir natürlich das Ganze erstmal unwrappen, dass unser Mesh bzw. die Faces in verschiedene Parts aufgeteilt werden. Das wäre zum Beispiel bei einem Würfel, dass einfach jede Seite sozusagen aufgeklappt wird und wir dann dementsprechend halt zuweisen können, wo welche Textur halt dargestellt werden soll bzw. Farbe. Für dieses Tutorial habe ich mir überlegt, das leichteste, was wir mal machen können, um das mal so ein bisschen zu üben und euch mal die Basics beizubringen, ist ein Minecraft-Block. Denn ein Minecraft-Block hat wirklich ziemlich leichte Seiten. Wir haben zum Beispiel oben bei der Gras-Textur oder beim Gras-Block jetzt einfach so eine grüne Textur. An den Seiten haben wir diesen Dirt und ich glaube, das ist ziemlich anfängerfreundlich und das werden wir jetzt auch machen. Das erste, was wir machen werden, ist einen Tab weiterzuwechseln und zwar in den UV-Editing-Tab hier oben. Denn hier können wir alles einstellen, wenn es um das Thema Texturen geht, denn wir sehen hier jetzt schon, da wir ein Primitive hier in der Szene haben. Primitives sind nichts weiter, als wenn ihr zum Beispiel mal Shift-A hier drückt, Mesh, dieser Plain-Cube-Circle, das sind alles Primitives, also so vordefinierte Mesh-Objekte, die Blender mit sich bringt. Und in den aktuellen Blender-Versionen ist es so, dass die Primitives meistens schon alle unwrapped sind. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Allerdings werden wir das trotzdem machen, da mir dieses Layout bisher nicht so gefällt. Wir werden jetzt aber als allererstes ein Textur hier reinladen. Ich nehme das mal ganz kurz hier oben raus. Denn alles, was ihr jetzt nur machen müsst, ist euch eine Textur im Internet zu suchen. Ich habe zum Beispiel einfach Minecraft Texture oder Minecraft Grasblock Texture eingegeben und schon habe ich eine gefunden. Ich werde jetzt nicht zeigen, wie ich das Ganze öffne, da ich sonst wieder meinen Bildschirm weichzeichnen muss. Aber ihr klickt einfach nur auf Open und ladet euch die Textur hier rein und schon seht ihr das Ganze hier. Wenn wir jetzt hier auf der rechten Seite einmal unseren Cube auswählen, zum Beispiel im Edit-Mode, sehen wir, dass wir, wenn wir hier in den Face-Mode gehen und hier mal so Faces auswählen, unseren Mesh hier, beziehungsweise unsere einzelnen Flächen auch in dem linken Feld sehen können. Sieht nur ziemlich blöd aus, wenn wir das jedes Mal nur sehen, wenn wir eins anklicken. Deswegen können wir hier oben mal auf diese zwei Pfeile, die entgegengesetzt gehen. Das ist die sogenannte UV-Sync Selection. Wenn wir das anklicken, sehen wir das Ganze und können sogar hier unsere Flächen auf der anderen Seite auswählen. Wir werden jetzt aber als allererstes diese Textur, diesen Cube zuweisen, denn wir haben es bisher jetzt nur in diesem UV-Editing drin. Unser Würfel hat das Ganze noch nicht. Deswegen gehen wir hier wieder auf die Material Settings. Hier haben wir das Standard Material und hier bei der Base Color klicken wir einmal auf den gelben Punkt und wählen hier Image-Tecture aus. Dann können wir hier links in diesem kleinen Dropdown-Menü unsere Textur auswählen. Ich nehme jetzt mal die hier. Das war die zweite, die ich reingeladen habe. Und wenn wir jetzt mal mit Z in den Rendered-Mode wechseln, sehen wir, haben wir hier schon unsere Textur. Allerdings natürlich noch falsch zugewiesen, da wir das Ganze jetzt noch machen müssen. Deswegen gehen wir wieder in den Edit-Mode mit der Taste Tab und werden das Ganze einmal selber unwrappen jetzt, weil mir die Flächen hier nicht gefallen und da sie nicht wirklich dieselbe Größe haben wie unser Minecraft-Block hier. Deswegen klicken wir mal die Taste U, wenn wir mit dem Mauszeiger hier in der rechten Hälfte sind und dann öffnet sich hier das Unwrap-Menü. Hier haben wir viele, viele verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu unwrappen, also aufzusplitten. Und wir werden jetzt nicht das Unwrap-Normal nehmen. Das eignet sich eher für ziemlich organischere Formen, wenn ihr Themes selber gesetzt habt. Das ist aber wirklich etwas für Fortgeschrittene. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir werden das normale Cube-Projection mal hier nehmen. Wir könnten auch das Smart-UV-Project nehmen, wenn wir das anklicken und einfach mal OK drücken, kriegen wir ja auch richtig schöne Würfel. Und ich glaube, da bleiben wir auch bei. Jetzt können wir ja anfangen, die Flächen auszuwählen. Das bedeutet, wir nehmen zum Beispiel den oberen Part. Der befindet sich hier. Den können wir jetzt einfach auf der X-Achse ganz normal bewegen, indem wir zum Beispiel G drücken, um das Ganze zu bewegen. Wir drücken X. Dann können wir das hier nur auf der X-Achse bewegen. Und wenn ihr STRG gedrückt haltet, seht ihr, dass das hier komplett perfekt snappt. Deswegen bewegen wir das jetzt dahin. Dann haben wir hier die rechte Seite. Die befindet sich dann natürlich hier. G, X, STRG gedrückt halten, G, Z, STRG gedrückt halten. Hier passt das jetzt nicht so perfekt, ist aber gar nicht mal schlimm. Wir können hier einfach mal ein bisschen näher reinzoomen. Dann müsste sich eigentlich das snappen. Nein, tut es nicht. Dann bewegen wir uns das selber so ein Stückchen runter. Das will gar nicht so, wie ich will. Ich weiß auch, woran es lag, nämlich an der Z-Achse. Das ist in dem Falle nämlich hier die Y-Achse. Also bewegen wir uns das mal selber so ein bisschen in Ausrichtung hier. Gut, dann können wir weitermachen. Dann haben wir hier die linke Seite. Hier müssen wir gucken, was wir jetzt hier nehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal hier die Seite. Dann haben wir hier diese Seite noch. Da können wir auch einfach diese Seite nehmen. Dann haben wir hier noch eine Seite. Die befindet sich hier. Die bewegen wir auch auf der Y-Achse einmal nach oben. Dann auf der X-Achse. Wir bringen uns die hier wieder so ein Stückchen in Ausrichtung, dass das hier perfekt passt. Und dann müssten wir nur noch den unteren Part haben, der sich noch im Weiß befindet. Und bewegen den hier auch nach links. Dann seht ihr, dass wir hier alles perfekt zugeordnet haben. Allerdings seht ihr jetzt hier noch, dass die noch alle falsch ausgerichtet sind. Wir haben hier zum Beispiel diese Fläche, die hier nach unten zeigt, dieses Gras. Das können wir ganz leicht machen, indem wir das Ganze einfach auch rotieren. Das waren jetzt 180 Grad. Dann ist das Ganze hier oben. Das wären jetzt 90 Grad nach links. Dann ist, na, nach rechts. So, dann ist das auch oben. Und das hier noch um 180 Grad. Was ihr übrigens auch machen könnt, ist RZ 180 einfach einzugeben auf eurer Tastatur. Dann dreht sich das Ganze auch um 180 Grad. Und dann seht ihr schon, haben wir alles perfekt zugewiesen. Wir gehen mal in den Layout-Tab wieder rein. Geniert mit Z. In den Render-Mode. Und ihr seht, ihr habt euren ersten Gras-Block, also Minecraft-Block sozusagen erschaffen, beziehungsweise die Texturen zugewiesen. Und anders verhält sich das Ganze halt, wie gesagt, auch nicht, wenn ihr andere Objekte habt, beziehungsweise organischere Formen. Es ist immer derselbe Arbeitsschritt. Ihr müsst das Ganze unwrappen. Das Blender halt weiß, wo welche Flächen sind. Und dann könnt ihr das Ganze halt sozusagen texturieren. Es gibt noch ein paar komplexere Sachen, wenn es ums Texturieren geht. Aber das ist jetzt hier ziemlich anfängerfreundlich. Und ich denke, wenn ihr das erstmal drauf habt, habt ihr auf jeden Fall so die Basics verstanden, wenn es um das Thema Texturierung geht. Eine Sache können wir jetzt noch schnell machen, da mir das Ganze noch ein bisschen zu glänzend ist. Gehen wir hier nochmal in den Materials-Tab hier rein. Oder in die Settings. Machen die Spekular hier mal runter. Machen die Roughness mal hoch. Dann ist das Ganze nicht so schimmernd und wirkt ein bisschen matter. So, anhand dieses kleinen Würfels im Minecraft-Look hast du so ein bisschen die Basics gelernt, wenn es um das Thema Texturierung geht. Ich hoffe, du bist einigermaßen mitgekommen. Falls noch einige Fragen offen sind, hau die natürlich unten gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder mit Part Nummer 6. Da könnt ihr euch definitiv auch schon drauf freuen. Und falls du, wie gesagt, den Rest dieser Reihe noch nicht gesehen hast oder ein Part verpasst hast, dann schau mal jetzt hier in diese Playlist rein. Dort kommst du zur kompletten Playlist dieses Einsteiger-Kurses. In diesem Sinne, habt eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.